Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde BadRossOfRevengeEyed.com.net.eu. Wir starten. Wir spielen eine Custom-Runde. Diese Runden können übrigens starten, wenn ihr euch den neuen Lizard-Rang kauft. Der ist seit ein paar Wochen, seitdem es quasi das komplett neue Revi-Update gab. Kann man als Spieler ab dem Lizard-Rang sich eigene Server stellen. Das haben wir mal gemacht. Alter, man hat der Speed des Todes. Ja, ja, da kann man richtig coole Sachen mit einstellen. Das macht so viel Spaß. No joke, Alter. Speed ist aber nicht cool. Au, guck mal, wie viel Leben man hat. Sau cool. Guck mal, wie schnell du bauen kannst, weil du so viel Speed hast. Nein. Kleine Rache. Ich kann nicht. Alter, ich kann nicht. Ich komme, ich komme, ich komme. Moment, ich komme auch. Ich bin auch gleich da. Sekunde noch. Sekunde noch. Hallo. Sekunde noch. Ich komme mit dem Speed gerade auch absolut nicht zurecht, ne? Nicht? Warum nicht? Oh Gott. Egal, da fuck, Alter. Nein. Markus, geh weg. Egal, was ist denn das? Junge, was ist das denn, Alter? Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Töte dich. Oh, ich habe Gold, danke. Nein, nein, ich habe alles in Blöcke anvestiert. Nein. Anvestiert? Nein, 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 nein. Achso, ja. Kurz weg. Daniel, wo bist du? Ich bin tot. Weiß ich nicht. Was ist denn das? Bist du tot? Ja, ich bin tot. Kannst du kurz sterben? Ja. Tschüss. Ach, man hat gar keinen Knockback. Nein, nein, null Knockback. Nein. Wir spielen mit einem. Nein. Nein. Hä, was ist das? Tschüss. Warst du kurz? Hallo? Nein. Ah. Aua. Perfekt. Oh, 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 gefährlich, gefährlich, gefährlich. Was, 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 was? Nein, du hattest drei Herzen. Fuck, fuck. So, klar. Ich kaufe die ganze Zeit Cobwebs, obwohl es gar nichts bringt. Junge, lebst du überhaupt oder redest du einfach nicht? Wer ist dieser K3, F, S, I, Q, Q, T, K? Das weiß ich auch nicht, das ist irgendwie so ein random K. 4, F, B, Z, N, W, L, 0. Nein. Ja. K3, F, S, I, Q, Q, T, K. Was labert ihr? Ähm, NPC, glaube ich. Ja, das ist der Bot. Check. Nein, nein, nein. Ja, Mann, verdient. Oh, shit. Nee, Dega. Mit einer Kappel, der hat nur sich mag, was. Nein. Du hast doch Anti-Knockback. Alle haben Anti-Knockback, du Vollidiot. Kleiner Hacker, Alter. Report. Das geht halt auch nur dank der Custom-Server. Es ist halt so geil. Also, Hogwarts. Hackwards. Hackwards. Hackwards ist ja schon cool, ne? Aber das hier ist halt noch krasser als alles andere. Nach unten, du feige Sau. Ja, dann halt nicht. Ich hab keinen Spezialfilm. Hab ich gleich. Hat er eine Krab. Das war dumm von dir. Das war dumm von dir. Das war richtig dumm von dir. Ja, das war dumm von dir. Mann, ich will ihn an mir. Stimmt. Mann, warum kaufe ich mir noch 50 Mal einen Stick, wenn ich merke, dass es kein Knockback gibt? Das Problem kenne ich. Das hab ich auch gemacht. Tschüss, da ist dein Betty weg. Nein! Komm mal her. Hey, geht an. Und tschüss. Mama. Warum springst du überhaupt runter? Ich weiß nicht. Gigi, das war easy. Nächste Runde, bis gleich. Yallah, Habibu. Bitte löscht dich. Piu, Gaming-Mäuse. Manu, ich bin gestorben. Maure, jetzt halten die Fresse, wenn du tot bist. Wer schreit halt nicht immer so rum, was soll denn das? Wer schreit denn? Ey, wo ist denn der letzte? Hallo, Jona. Nein, 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 nein. Piu, Gaming-Mäuse. Oh, das ist noch einer? Oh. Hi, na? Was? Komm, ja. Easy. Manu. Komm, eine Runde, spielen wir noch. Wenn ihr übrigens hier am Spawn seid, dann könnt ihr euch hier unter Custom Server, sofern ihr den richtigen Rang dafür habt, einfach einen Server erstellen. Hier seht ihr auch in der Übersicht, wenn andere Spieler irgendeinen Server schon auf öffentlich gestellt haben, dann könnt ihr das machen. Hier startet ich einfach mal eine Runde Crime Time. Es gibt natürlich noch andere Modi. Dort kann ich jetzt nicht, zeige ich euch gleich nochmal. Da könnt ihr auch ganz viele andere Server starten. Und eigentlich alles, was man so an Minigams spielen kann, könnt ihr auch als normal eigenen Custom Server starten. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in einer Runde wieder. Bis gleich. Was ist das Atomkraftwerk? Ja, das ist Chernobyl. Oh. Oh. Da kommst du raus. Oh. What the fuck? Wie du dich anhörst, kommst du da eher raus. Man stirbt im Wasser? Nein, ich will nicht sterben. Das ist wirklich Chernobyl, Alter. Nein. Man stirbt einfach im Wasser. Es ist Moritz. Na, Hain. Doch. Natürlich, ich bin es nicht, allerdings hätte mich gerade schon töten können, also musst du es sein. Nein. Leute, ich bin im Wasser gestorben. Du bist ruhig, wenn du tot bist. Leute, was ist daran denn so schwer? Ich bin tot. Fortnite Battle Royale. Oh. Oh. Das ist einfach lustig. Dominik, wo bist du? Oh, Game. Meuse. Ich bin nicht ganz nett. Ich habe einen Pfeil. Wo bin ich? Ach, das bin ich. Zieh, Mann. Nein. 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 Ich will hier durch. Oh, ganz hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Nein. Nein. Och, Mann, Alter. Was ist das? Gaming-Mäuse. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne positive Wertung da. Schaut doch mal auf der Webseite von Revi vorbei im Shop. Das ist Revit-Seite oder shop.revin-Seite.tv. Da findet ihr den aktuellen Lizard-Rang für 15 Euro für einen Monat. Ihr könnt natürlich auch andere Upgrade-Optionen auswählen. Schaut doch bei den anderen vorbei. Links sind unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 I never see, I never see, I never see